Hey, wie soll der Kleiner das denn sonst schaffen? Vorspeise, Mittelteil, Dessert Oh Gott Aber irgendwie habe ich nicht die Zutaten Da fehlt mir noch eine Menge Einfach mal machen Oh Gott, das ist auch noch ein Minispiel Schnell die Zutaten entscheiden, schnell und sicher Na ja nach unten Achso Alles klar Nicht schlecht Das war schon alles Ich hoffe, ich kann die mitnehmen Das ist genau dasselbe wie gerade, oder? Achso Oh fuck Probier das noch mal Easy Seelzunge Was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Bewege im Kreis Um genauerische Menge Flasche zu gießen Okay Weit zum Teufel So ich wissen Ja, ich kipp die halbe Flasche ruhig rein Kein Ding Mann scheint perfekt Alles, was ich wissen will Nein Einigen Stick nach links Und dann nach außen Achso Dann machen wir kaputt Was war das? Drücke LR gleichzeitig Okay Ja Fuck Genau Mit Gefühl Mit Gefühl Als ob Oh nein Ich habe keine Zutaten mehr dafür Ja gut Pass auf Macht nichts Okay Machen wir weiter Erstmal das neue Schüsselschwert Und dann sehen wir weiter Äh Wählke ich im Hauptmenü aus Okay Wow Ich kann dann das essen Das essen Alles, was ich zubereitet habe Aber nur für eine kurze Zeit Wäre vor dem Boss vielleicht nicht schlecht Nehmen wir uns natürlich auf Sura Ja Kann natürlich die Schneidestuppe equippen Das Ding ist immer noch mega gut für den Angriff Die ist natürlich Magie Richtig nett Werde weiterhin aber Die Heldenwege benutzen Gut Ich würde sagen Wir speichern einmal Und dann hauen wir hier wieder ab Oh shit Irgendwas mit dem Bistro Egal Okay Irgendwas einkaufen noch 799 Taler Für Goofy das Schild Ist eigentlich nicht Also ich glaube wir haben ja nichts mehr zu tun Ansonsten Gehen wir nochmal zurück I'm sorry I left without saying goodbye Did Master Yen Sid Tell you I'm training to become A Keyblade wielder Like you That's right No more waiting for you to come back From your adventures I want to get out there And do my part to help Merlin has used his magic To bring us to a place Where time doesn't matter We can take as long as we need To complete our training He's an amazing wizard Oh And by us I mean Me and Lee He's really sorry For all the trouble He caused I told them It's fine But He won't stop Apologizing I'll admit I was a little Scared of him at first But I've gotten To know him better All he ever wanted Was to help his friend Honestly It's hard not to like him Every now and then I catch him staring at me When I ask what's wrong He says I'm not sure I think I'm forgetting something Don't know what Sora I think it may have something To do with you Your journey is all about Helping people Some that you've never met before And some like Lee That you have They're all counting on you It won't be easy But I hope you'll remain The happy and cheerful Sora I know There's no heart Your smile can't reach What's wrong? Huh? Nothing Sorry Lee What? I am A letter? Yep To Sora? Technically yes But I won't send it It's more for me Ask Merlin He'll deliver it for you Yeah But it's okay I just like talking to Sora Even if it's on paper Huh Okay Oh Here Ice cream? Really? Yeah I asked Merlin to pick these up You know We did both summon keyblades Gotta celebrate You're sweet, Lee Nah What? Nothing I just You're trying to remember What you forgot? Well I Yeah Yeah So tomorrow You and me in the ring You ready? Of course Don't hold back, Lee Promise? Are you okay? Lee Yeah Sorry You're crying What's wrong? Something in my eyes Lee I'm gonna go Sorry Okay But stop apologizing Fine On one condition What? Call me Axel From now on Got it Memorized? Yeah Okay Axel I'm going to do what I like All right I've got real Yeah Yeah I tabii I So, das ist der Ort. Where Aqua fiel into the realm of darkness, after she dove in to save Terra. Yeah, she said he was acting strange. Strange how, exactly? Sie fühlt sich eine Schmerz in ihm, und sie endet sich in eine große Herausforderung. Genau. Und im Nachmittag, die zwei von ihnen verabschieden. In der gleichen Zeit, die Gäste gefunden haben einen Schmerz mit weißen Haaren, die hier in der Stadt stehen. Ein Mann, der sich Zeynort nennt. Anselm der Wiese hat den Schmerz in den Schmerz, aber das war ein Fehler. Zeynort hat seinen Schmerz, verabschiedet seine Forschung und mit seinen Schmerzen, den Schmerz von seinem Körper. Der Schmerz hat seinen Schmerz, Anselm, und zu dem Vergangenen, um seine Schmerz zu geben, um seine Schmerz zu geben. Er hat sogar kurz kontrolliert von euch. Sein Schmerz hat in der Zeit, er hat den Namen Zemnus und hat den Schmerz. Organisation 13, der Ziel war es um 13 Vessels für Xehanort's Herz. Bis zum Schluss zu der Organisation. Aber während der Zeit, der Xehanort-Jährte war, um 13 Vessels zu wählen, um 13 Vessels zu wählen. Herz mit starken Beziehungen zu ihm, um eine neue Organisation zu beginnen. Die reale Organisation 13. Und jetzt sind sie für eine Kampf mit uns. Aber was passiert mit Terra? Ich dachte, dass du gesagt, dass Aqua ihn schiefst. Ja, sie hat. Das Problem ist, wir haben uns nicht gesehen. Du weißt, den Ende des Markes der Mastery-Exam? Wenn Master Xehanort gemacht hat, seine große Rückkehr? Das ist der Xehanort, ich erinnere mich. Er war bereits ein ziemlich altes Mann dann. Aber wie erzählst du Anselm und Xemnas, sein Herz, sein Herz, und sein Niemand. Ist das nicht verrückt, wie jung sie sich sehen? Warum sind sie nicht altes Mann? Das ist, dass Xehanort benutzt ein anderes Körper, wenn die Sprechung geschah. Das Gesicht aus dem Porträtten, das war nicht nur ein strangerer, das Anselm-The-Wise nahm unter seiner Seite, sondern es war der junge Mann, der Körper von Master Xehanort hat. Nein, das war Terra? Master Xehanort war mit Terra? Ja, Master Xehanort hat uns gesagt, dass ein anderer auf unserer Anselm-The-Wise nahm ihn. Er war über Terra. Er hat sich gesagt, Aqua hat mehr als seine Freundin. Okay, aber Master Xehanort ist wieder ein altes Mann. Wo ging Terra's Körper? Hm. Das ist denn, dass Master Xehanort holt. Er hat zwei unserer Seben Licht. Wir haben Sora zurück, aber Terra muss immer noch sein. Er ist auf der Seite Xehanort. Er ist mit Organisation 13? Wir sollten Sora warnen. Ja, und Merlin auch. Ja. Hey Sora, ich habe einen Tipp für dich. Hätten die, die schon viel eher darüber nachdenken können? Mal ohne Mist. Aber ganz schön lange gedauert. Wir können in neue Welten reisen. Und einen eigenen Jet bauen. Und das Bistro oder freigeschalten haben. Wir brauchen natürlich viele Zutaten. Ähm. Gucken wir mal was wir bauen können. Boah, ich habe nichts, gar nichts. Doch hier. Boah, ist auch noch mal zu lange. Vielleicht später. Wir brechen auf. Boah, das ist praktisch. Das machen wir. Äh. Ja. Wo wollen wir denn hin? Gute Frage. Gute Frage. Nächste Frage. Das sieht aus wie der Olymp. Da müssten wir schon gewesen sein. Ja. Königreich von Corona? Twilight Town waren wir schon. Sind wir gerade? Spielzeitkiste. Irgendwann gehen wir hin. Da, 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 da. Ich muss noch den Weg dahin. Wir bahnen. Komm schon. Geh weiter runter oder hoch. Ja. Na, das wird eine kleine Reise, ey. Puh. Okay. Immer schön der Weg mag hinterher. Oh shit, wie sollt ihr mich rausgeschmissen? Okay. Nice. Ich bleibe auch auf Kurs. Vielleicht gehen wir da unten nochmal an. Irgendwas knallen wir ab. Ah. Nein, 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 nein. Schnapp. Knapp. Wuuuuh. Okay. Kaputt gehen können wir davon schon mal nicht. Oh. Fingern wir zum nächsten Disney-Schauplatz. Hey, den Strom könnte ich aber benutzen. Den Anfang finden, wenn ich da rein darf. Boah. Zieh hoch, zieh hoch. Nee, der kick mich nicht mal raus. Hm. Falsche Seite vielleicht. Auch wenn ich rein booste. Hm. Falsche. Egal ob sie mal mitgenommen. Hä, wir sind fast da. Geht mega schnell. Auf geht's. Das sollte ich jetzt mega witzig hören. Nächste Disneywelt. Nächste Disneywelt. TAKEЬ Vielen Dank.